OKR ist eine Praxis, die Ziele einer Organisation von Menschen in einer standardisierten Weise formuliert. Objectives sind eine auf Ergebnissen basierende Zielbeschreibung. Es wird zuerst das Objective erstellt und dann ein oder mehrere Kiri-Results. Die Kiri-Results sind Zwischenergebnisse auf dem Weg zur Erfüllung des Objectives. Kiri-Results sind also die messbaren Ergebnisse eines Plans, der zum gewünschten Ziel führt.